Noch zeigte sie sich leer, ruhig und vielleicht sogar noch ein wenig im Winterschlaf. Die Dessauer Anhalt Arena. Zwar wurde hier in den vergangenen Monaten regelmäßig zur Hand bei Spielen und anderen Sportveranstaltungen eingeladen. Sogar die Bundeskanzlerin war zu Gast. Aber so wie am 30. April war die Veranstaltungshalle bisher noch nicht zu erleben. Erstmals wird am Vorabend des 1. Mai zum Tanz in den Mai eingeladen. Grundsätzlich möchte man, wie der Name schon sagt, tanzen. Das ist wieder ein geflügeltes Wort geworden, was die Leute gerne machen. Und Tanz in den Mai ist eine Geschichte, die einfach mit Emotionen belegt ist, wo man die warme Zeit wieder begrüßt. Und das soll hier kräftig gemacht werden in Dessau, wo die Leute einfach mal in verschiedenen Tanzabteilungen oder Dancefloors, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, zu verschiedenen Rhythmen das Tanzbein bewegen können und sich die Seele aus dem Leib tanzen können, quasi die ganze Nacht durch. Frank Kuban und Kompagnon Dirk Merkel haben zuletzt mit der Dessauer Märchenweihnacht gezeigt, dass sie mit frischen Ideen überzeugen und erfolgreich sein können. Als Konzerthalle hat die Anhalt Arena schon mehrmals tausende Besucher angelockt. Jetzt wird es Zeit für eine neue Nutzung. Wir wollen eine Tanzlocation draus machen, eine Tanzparty soll es werden. Deswegen wird die große Halle mit Bühne und einer Partyband sein. Die Cafeteria und der sogenannte VIP werden noch Dancefloors werden mit DJs. Dann gibt es eine Cocktail-Lounge unten und der Außenbereich wird auch schön gestaltet werden. Und wenn das Wetter sehr, sehr schön werden sollte, wird vielleicht auch noch eine Band draußen spielen. Und auch Frank Kuban ist davon überzeugt, dass die Besucher am 30. April einen Abend erwartet, den sie so schnell nicht wieder vergessen werden. Das Konzept ist wirklich großartig, müssen wir als Veranstalter zum einen zwar sagen, aber das wird man auch sehen können hier, weil man wird begrüßt mit einer Maibohle, mit einer original Maibohle. Man hat verschiedene Dancefloors, wo also bekannte DJs aus Dessau, eine sehr gute Band, die wir da haben, einer der besten Coverbands Deutschlands, mit da haben, die hier für Stimmung sorgen. Auf der großen Bühne im Saal, die Halle wird nicht mehr wieder zu erkennbar sein, ein völlig neues Lichtkonzept wird da sein, mit bewegten Kopfsteinwerfern, mit LEDs, wo man verschiedene Lichtstimmungen haben wird. Es wird frisch wirken, das Ganze, weil wir viel mit Blüten arbeiten, mit Blumen. Und man hat, was ein besonderes Highlight ist, Go-Go's, die am Maibaum tanzen. Da kann man sehr gespannt sein, was das bedeutet. Die Go-Go's könnten einer der Gründe sein, dass Besucher der Party mindestens 18 Jahre alt sein müssen. Ansonsten gibt es aber keine Einschränkungen für Feierlustige. Die Zielgruppe der Veranstaltung sind erst nur alle Leute, die gerne tanzen gehen möchten, mal wieder rausgehen möchten, tanzen gehen möchten, Party feiern möchten. Und das Alter ist immer eigentlich nicht beschränkt, weil es sollen alle kommen, die gerne tanzen gehen. Es können, ich sag mal, von 18 bis 60, 65, 70, Hauptsache sie möchten gerne tanzen. Das ist eigentlich unsere Zielgruppe. Karten für den Tanz in den Mai, bei dem natürlich mit verschiedensten Speisen und Getränken auch für das Leibliche wohl gesorgt ist, gibt es ab sofort bei der Stadt Info Dessau und allen bekannten Vorverkaufsstellen, vielleicht auch als kurzfristiges Ostergeschenk. Die Pforten der Anhalt Arena öffnen sich dann am 30. April um 19 Uhr. Getanzt wird eine Stunde später.